hallöchen ihr den alle 4 und willkommen zurück bei fallout 76 wastelanders wo es weiter geht hier zurück mit den nächsten täglichen score aufgaben ihr lieben ja was gilt heute zu machen es gilt eine höhere stufe zu erreichen die goldstein challenge abzuschließen in nuclear winter mein camp zweimal zu platzieren ein event sowie die tägliche operation abzuschließen und einen legendären gegner zu killen meine unterkunft zu besuchen und eine waffen rüstung oder power rüstung zu operieren das habe ich eben schon gemacht so in vorbereitung dann habe ich das ja also schon und natürlich geht es auch wieder hier jede menge liebe zu verbreiten heute würde ich gerne mal ein paar geschütztürmen ja ein bisschen liebe ja wie sagt man wie sagt man das bei geschütztürmen bisschen liebe geben spellblech streicheln denn die die jungs die die machen ja im prinzip nichts anderes als das hier tag ein tag aus permanent und warten bis denn irgendjemand hier für die flitte pendelt deswegen weil es echt ein scheiß trostloses leben ist wie sagt gehe ich mal vorbei und versorgt die hier mit liebe so links das so gut damit ich sagen tägliche operation suche ich meine gruppe was steht da an brennende bergwerk blutadler explodiert beim tod alle klärchen schauen wir mal ob da jemand mitspielen möchte und ich will sagen ich springe rüstung und gehe schon mal vor und so dann passt das guck mal da kommt noch jemand so lunchboxen alles fleisch ein topf lunchbox habe ich auch noch damit ich sagen erlaubt rein in den halb und dann geht das schon so wie sagen wir war ich noch kurz ob er oder sie oder wer auch immer hier gleich kommt nackig das traum so halb ich mal lieber alles cool wunderbar ich hoffe du bist bereit ja gut dann gönne ich uns mal hier eine lunchbox fleisch eintopf konserve hier ist anwärter dutch und dann wir haben den kontakt zu verbindungsgeräten in eurer gegend verloren wir brauchen sie um den feind im auge zu behalten so und rüber ja diese fucking hunde meine gute es kostet immer so viel zeit hier die ganze kacke ich habe ein signal da geh zum ersten gerät und stell die verbindung wieder her so naja hopp machen wir das doch mal was so furchtbar das ist immer so ein bisschen tricky auch ne hier mit den ganzen Viechern so so und fertig ist aber immerhin so na dann schauen wir mal bin ich eigentlich gescheit geskillt natürlich nicht ne mal kennenz mauli mauli kann man ja mal gucken hier ne das kann raus oh junge und das hier und das hier das ist das ist ein traum läuft man hier ne oh junge so 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 was wie wohnt da hier aus dem raucherfuß da ist er rausgezogen so schauen wir mal ob es da noch weg kommt hier ob es da noch weg kommt hier ist eher eine recht entspannte Sache und so von daher läuft das okay das heißt blutadler in power rüstung zerplatzen die dann eh noch nicht beim explodieren oder wie ist das wunderbar dann haben wir es ja gleich ha mein lieber dann sind wir fertig gell und los geht's und los geht's und ab geht's die zweite verbindung wird aufgebaut sieht aus als wäre bei euch einiges los ihr müsst beim verbindungsgerät bleiben okay das war doch einer ne und die hinter dir mein lieber oh oh ist der fucking flammenwerfer das ist ja gar nix ne ein frohes rückeroberungstag nicht zurück nicht zurück nicht zurück das wären was da jetzt tasse die das respect Exakt ich ich Boah, das, das hasse ich an, diese scheiß Flammenwerfer. Boah, das ist so ätzend. Drücken halt auch echt gut rein, ne? Okay. Oh, nee, wo? Wo? Okay, die Verbindungsgerichte funktionieren wieder. Schlechte Neuigkeiten. Es ist immer noch Feindaktivität. Ihr müsst euch das mal ansehen. Okay. Die sind ja da hinten, ne? So, dann zwei da oben. Das ist kein gewöhnlicher Feind. Ihr müsst ihn schnell ausschalten. So, wo ist er? Puh. Wo ist denn der Lund? Okay. Die Geräte werden uns über Feindaktivitäten in der Region informieren. Zum nächsten Mal. Dort ist das Ende. Okay. Das dann schafft es. Sehr schön. Dann schauen wir mal, was bei rumkam. Zählen legen der Scheine. Das ist super. Right away. Kampfrüstung, Brustteil, 3 Sterne, Autostim. Nachtdarktief, Kampfrüstung, Brustteil, 1 Stern. Chemikalien-Schutzanzug-Sumpftan. Den habe ich auch noch nicht. Cool. Gut. Baue ich mir mein Camp. Heute mal. Hier hin. Schauen wir mal. Ja, das geht. Das passt. Einmal. Und zweimal. Wunderbärchen. Allaub. Ab zurück. Haben wir die beiden Sachen erledigt, dann würde ich sagen, gehe ich doch mal hin. und kümmere mich hier um die liebeslosen Geschützzürme. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Und ich würde sagen, den Anfang, werkschützungsmäßig, den mache ich hier in Sugar Grove. und dann, wenn es love you give, wenn es love you give, I'll be the rock you can be, Das war's. Ja! Ja! I'll be there when you need me Honors each day This vow I would have made Yeah! That is all for everyone All for love Let the one you hold be the one you want The one you need Cause when it's all for one It's one for all When there's someone that should know Scheiße! 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 Okay It's the vow Wunderbar! Holy moly! Hören wir das auch! Sehr schön! Gut! Dann war das ja gar nicht so schwer! Ging alles! Okay! Okay! Gut! Was dann noch? Länge der Gegner! Zwei Events! Und das Level Up! Was haben wir denn hier? Den Boten Stürmen und säubern Klaven Event Klaven Event Echt bombig Das könnte man eigentlich mitnehmen Mal wieder auf Streife Das brauchen wir nicht Machen wir doch das Enklaven Event Ne? Wenn wir schon mal da sind Mitglieder Die Kovac hat eine neue Gruppe Bestien entdeckt Die sich an der Oberfläche versammelt Melden sie sich an der Bekämpfungsstelle Und helfen sie uns sie loszuwerden Das wäre alles Gut! Ah das kann ich ein Gdung gdink Gdung gdank Oh! Da laufen sie schon Oh! Da kommen sie wieder aus den ganzen Löchern gekrochen hier, ne? Lieben Da hat man mal jeder zweite hier eine Raketenwerfer und dann freue ich mich Nachts Boom Und ich bin in über Fünfmal zwisch Fünfmal boom Ich mittendrin Oh Junge So Puh So Alle Aufbaukomponenten in Bezug Faktiere Sieben Protokolle Bitte warten Aber das gibt gut EP, ne? Oh ne Oh ne Huuu Diese fucking Abneu Achtung Benutzer Temperatur erreicht Unsichere Werte Aktion erforderlich Oh ne 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 Ich hasse die Viecher, ne? Benutzer, Benutzer Konkurrenten Sekal verloren Aktion Ich wünsch den auch immer den Tod, ne? Und so Aber Selbst das ist für meine Verhältnisse zwar sie Nein, 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 nein Ich hasse die Viecher weil sie kacken mal wo aufs Ratten比如 Ja genau, zischt. Oh, die Pottsäue, das ist möglich. Oh, das Maulaufsrat ist echt... Oh, das ist so kacke, diese Drecksviecher. Ich hasse die. Ich hasse die, ich hasse die, ich hasse die. Komponentenumgehung festgestellt. Ihre Funktion folgt. Drecksscheiß, Pimmel, Kack, Arschloch, Viecher da. So, ich rottet euch alle aus jetzt. Abgeschlossen. Gnadevertragung. Aktiv. Ziel. Erfasst. Soforte die Evakuierung erforderlich. Die Geräule. Gegeben sie sich umgehend in sichere Entfernung. Alter. Piep, piep, piep. Wo, wo? Genau hier, geh drauf und dann passt das. Oh, Junge. So, einer noch, ne? Gut. Ist das fertig. Oder lebt da noch wer? Angegebene Feinde. Eliminiert. Doppelschussraketenwerfer. Beseitigt. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Natürlich. Alles gleich. Gut. Das erste Event fertig. So, dann schauen wir mal. Noch. Nach dem zweiten Stürmer säubern. Das ist... Nee. Der Gefängnisausbruch ist auch nicht besser. Guck mal hier. Leitwurf. Machen wir das doch. Responder Prioritätsalarm. Seht auf, als wären diese verdammten Wölfe wieder auf der Jagd. Die Waldwache hat mehrere Rudel entdeckt. Der Aufenthaltsort des Eifers ist jedoch unbekannt. Ich wiederhole, der Aufenthaltsort des Eifers ist unbekannt. Wir müssen diesen Eiferwolf schleunig finden und tötzen. Er legt die kleineren Rudel, um ihn rauszuloppen. Achtet darauf, genug Munition dabei zu haben. Dieser große Eifer macht ganz schön Ärger. Ja, 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 ja. Alles gut. So. Hoi, 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 hoi. So. Nachgelachen ist. Wunderbar. Und der letzte? Ist wo? Oh, hoi, hoi. Okay. Alles gleiche. Dann haben wir das. Wie sagen kann ich, muss man was futtern hier, ne? Und der nächste ist hier am Rand. Den hatten wir da schon lang nicht mehr sitzen. Was? Ich sagte, den haben wir da schon lang nicht mehr sitzen. Na lieber. Hör mal zu. Hör mal zu. So. Hör mal den noch rum. Versteckt wieder hier irgendwo zwischen... Büschen, sträuchern und, ähm, bäuchen. So ein Ding ist das. Ich muss in der fucking Nische. Komm hier in Reihung Glied. Hör mal. So. Jungs. Ne? Passt mal auf. Also. Ah, schade. Gut. Vampir. Grocknack. Axt. Letzte ist da rum. So. Mh. Bucknack. Was bin, verdammte Kacke? Mann. Das ist ja furchtbar hier. So gepimmelt immer von den Viechern. Gut. Wir haben den Lightwolf. Überladen in 3, 2, 1. Nein. Gut. Okay. Gut. Haben wir das. Dann würde ich sagen. Machen wir noch das Level Up. Ähm. Ich würde aber vorher ganz gerne noch. Hier in Crater vorbei. Die Daily machen. Zwecks Startsaline und so. Hier unten mit dem Aufseh der Schießanlagen. Es gibt auch noch Startsaline. Ne, warte mal. Es gab keine Startsaline. Das gibt Startsaline. Das gibt nur die ganzen normalen Legendärscheinen. Okay. Aber hier, ne? Die Startsaline, die brauche ich ja. Deswegen. Machen wir den auch schnell. Du willst überlegen? Dann tu, was du tun musst. Ich tu. Alter. Warum trägst du nur eine Maske? Warte mal. Jetzt frag nicht, ob hier irgendwo Stroh liegt. Das zieht nicht. Mein Lieber. Das ist ja echt. So. Dann. Warte mal. Was ist da hinten? Mh. So. Pass mal auf. Hab einen neuen Namen für dich. Aber. Jep. Mh. 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 Wenn du eine Leiche... Jep. Alles klar. So. Dann lassen wir ganz alle Bums hier ausblenden. Da brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. So. Wo sind die? Irgendwo da hinten. Eins, zwei, drei. Okay. Hier bei Gutshof Depp. Geh mal. Mach da mal hin. So. Allaub. Ja. Wo ist denn jetzt hier so ein fucking Gruppenhauer? Komm ja mal. Lass mich mal. Lass mir mal rum. Okay. Lutz hier. Oh. Echt jetzt? Echt jetzt? Was hat die jetzt gekillt? Was war denn das jetzt? Hä? Was hat denn jetzt gekillt? Die Kröten. Ach, der hat an der dran rumgeleckt. Das war ein scheiß Junkie. Jetzt verstehe ich es. Ja, das kann man wohl nicht. Das ist auch nicht hier. So. Aber jetzt kann den niemand mehr lecken. Und dann passt es auch gut. Dann würde ich sagen, gehe ich zurück. Das war ja hier ganz entspannt und schnell in der Idee, nicht? Gut. Mensch, das hatte ich auch noch nie. So. Ist auch die Frage, ob das passiert wäre, wenn ich nichts in die Nähe von denen gegangen wäre. Brauchst du Vorräte? Kann ich den Namen von der Liste streichen? Aber hallo. So. Gute Arbeit. Ich habe einen kleinen Bonus für meine besten Jäger beiseitegelegt. Danke fürs Kümmern, Kind. Wunderbärchen. Hör mal das auch. Und. Es hat sogar auf das Level abgelangt. So schön. Wunderbar. Das heißt, das ist mein Bauplan. Meine Polzertreistarzerleihe. Und Stufe 268. Glückwunsch, mein Lieber. Freue ich mich. Sehr schön. Gut. Dann würde ich sagen. Zerlegen erstmal den ganzen Kuhstier. Oder würde ich sagen. Schaue ich doch mal. Beziehungsweise gehe ich erstmal ins Camp. Und gucke mich dann rum. Was bei rumgekommen ist. So. Hier. Trautes Heim und so. Was. Gab es denn heute Schönes. Für Rang 94. Lass mal gucken. Es gab. Eine Präsidentschaftslackierung. Fürs Sturmgewehr, oder? So wie es aussieht. Mega. Cool. Sehr schön. Dann. Passt das ja. Jetzt würde ich ganz gerne noch gucken. Wie dieser. Dieser. Chemikalien. Schutzanzug. Sultan. Wie das Ding aussieht. Will ich es wissen. Sieht so aus. Kamouflage mäßig. Cool. Nice one. Hör mal. Sehr schön. Dann. Haben wir da was. Ich habe keine Ahnung. Ob der selten ist. Wie. Noch was. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Ich habe den aber besetzt. Und seit es die Operations gibt. Noch. Nie bekommen. Von daher. Passt das doch. Gut. Dann würde ich sagen. soll es das auch für heute gewesen sein, ihr Lieben. Ja. Morgen geht es weiter. Am Dienstag. Mit einer neuen Woche. Und neuen täglichen Score Aufgaben. Das bedeutet auch, ihr Lieben. Dass ich wahrscheinlich mit der kommenden Score Woche die letzten sechs Ränge schaffen werde. Denn ab dem Donnerstag, dem vierten, gibt es nochmal ein doppeltes Score Event. Bin ich ja mal gespannt, ob das reicht für Rang 100. Mal gucken. Ich lasse mich überraschen. Erst einmal sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder mit dabei wärt. Macht es gut. Bleibt gesund. Und ciao, ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen.